Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fick Dich. Nein, ich hoffe, dass es kein Spiel gibt, das Let's Fick Dich heißt. Ähm, zu Half-Life 2. Ich stehe doch alle im Weg. Darüber. Okay, da ist er doch noch. So. Nichts gibt's. Schönen, glühenden Bolzen. In die Hüfte. Ja, äh, lass mich doch mal durch. Ja, Leute. Ich hab keine Lust hier. Ja, danke. Okay. Jo 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 Jo. Ich will das, meins. Okay. Leute, los. Hilft mir. Hier steht noch einer. Kommt der jetzt oder nicht? Oh, 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 oh. Ja gut, ihr kommt nicht. Dann könnt ihr mich alle machen. Ganz im Ernst. Was ist da los? Oh, 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 oh. Ach, jetzt seid ihr da. Ja, komm, ich versteck mich. Mir egal. Ja, lass mich mal durch hier. Danke. Ich glaub zwar nicht, dass das nötig war. Aber trotzdem danke. Wir sind einer weniger mittlerweile. Super. Ah, geht's hoch? Cool. Ja, super. Ach, toll. Wie seid ihr? Sollt ihr hier durch? Entschuldigung. Ach, keine Fragen stellen. Einfach weiter, weiter, und weiter. Und weiter. Ich darf nicht mal an ein Feuer denken, wenn es in meiner Nähe ist, aber wenn irgendein Gegner brennt, dann darf ich durchlaufen. Alles klar. Ah, ha, 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 ha. Los, mach das. Was ist da los? Oh Mann, ey. Was? Unser Medic ist tot? Super. Das freut mich doch. Soll ich das machen, was ich denke? Wie soll da irgendwer rankommen, der nicht zufällig Freeman ist? Seid mal ehrlich zu euch selber. Ich meine, ich nehme sowieso die Lambda-Vorräte der ganzen oder zumindest der halben Stadt für mich, aber... Hm. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ja komm. Da ist, tada. Ja komm, geh mal vor. Ich hab die ganze Zeit grad das Gefühl, ich müsste gleich niesen. Das ist so lästig. Mhm. Kipp halt um endlich. Du bist auch schon tot. Bisschen Energie mitnehmen. Was? Alex. Super. Okay. Ihr habt's gehört, jetzt folgen wir der Frau und nicht nur mir. Das ist typisch Alex. Oder Alex. Ja, das ist okay. Alles muss man euch erklären. Vormachen. Das ist wie mit 10-Jährigen bei euch. Ich wette, die Tür wäre kürzer. Alex, warum machst du die nicht auf? Lass mich durch, bitte. Ah, Türrauben. Du kannst doch nicht den großartigen Gordon Freeman im Weg stellen. Was bist du denn für Türrauben? Hm, kommt. So, ein bisschen flankieren. Los, Alex. Wir haben uns anteil. Es gibt eine Schleusgabe. Es gibt eine Schleusgabe der Kaffe. Wir versuchen, das Ganze zu verhalten und zu können. Wir versuchen, dasnewig zu zurückzuhalten, um die Kormonien bei uns zu geblühen. Dann wird es zur Kürze von der Kürze ausgeführt. Dann braucht man das erste Wasser aus der Kürze. Das ist ja noch ein Schleusgabe. Im Awardsνun ey Thai. Du bist w linen Anstensivregulierend, Dr. Freeman! Und ich bin mir deles, die hohe Wirklichkeit der Sicherheit verwenden. Ich bin Bye. Es hat jemanden gegen sich. ok ich sehe sie nicht mal ah da oben lass sie in Ruhe wo ist denn jetzt das Leute geht mal da hinten spielen nervt mich nämlich gerade ein bisschen ja 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 kompongebung hihihi lege ich euch da auch noch mal in den Längen bin ich gar nicht so und ihr seid ja auch so blöd dass ihr da reinlauft k vor um k k k hihihi Was geht da vor sich? Ist das der Generator? Bam! Und... Ah, ihr seid so leichtläufig. Gute Nacht, mein Freund. Was macht ihr eigentlich? Ich sehe hier keine Schüsse von euch. Macht mal ein bisschen hier ablenken, dann kann ich mir nichts gegen hier machen. Ja, ja, was ist das? Watch out dich selber. Das sind doch auch schon wieder, oder? Jetzt geht halt da mal rüber und greift an, meine Güte. Das kann doch nicht so schwer sein. Tür zu geht nicht. Autsch. Wo seid ihr? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, das ist doch besser, sonst wäre ich jetzt langsam sauer. So. Oh Mann. Leute, echt jetzt. Kämpft! Okay. Oh Mann. Wie ihr seid wirklich verdammt listig, wisst ihr das? Wow, wow. Ich bin so angenervt. Ja, schießt selber mit dem Graviton auf den Kern. Was seid ihr eigentlich für Scheißkerle alle? Echt. Hallo, schießen! Ihr kotzt mich so an. Ich bin so an. Ich bin so an. Ich bin so an. Schießen! Ich bin so an. Ich bin so an. Ah. Wir haben da nichts zu suchen. Verteidigt gefälligster. Ich hab keine Lust, die schießen mich hier vor den Überlaubs auf. 3 Prozent über alle Wäsche ich habe so keine Lust damit ihr Strom Und wenn ihr es nicht auf die Reihe kriegt, dann ist mir das auch gegangen. Alter. Ja, witzig. Weißt du, wie ich aussehe, oder? Weißt du nicht. Ach man, was ist denn das? Und die Hälfte... Mich nervt das so, dass die alle hinter dem Schild von Alex Hawking... Nerv mich nicht, sonst schlag ich dir eine rein. Ich bin betroffen. Hüt's mit. Wow. Wow. Kein Wunder, dass die Revision bisher nicht funktioniert hat. Lass mich doch dahinter das Schild. Danke. Nein, falsche Taste aus Versehen. Okay, the core is exposed.